Sie sind einfach ideologisch mit dem Kopf gegen die Wand. Er hat im Prinzip Sachsen an die Grünen verkauft. Ich glaube, dass die meisten Menschen mit diesen Schubladen gar nichts mehr anfangen können. Schon ein beschissenes Gefühl, um es jetzt mal drastisch zu sagen. Real Talk, der Podcast mit Michael Deutschmann von BILD und Benedikt Wartsch von Sachsenfernsehen. Herzlich willkommen zu Real Talk, unserer ersten Folge. Wir machen den Podcast jetzt zusammen, haben wir uns überlegt. Wir wollen ein bisschen über Politik sprechen vor allem. Wir wollen die politische Landschaft in Sachsen einmal ein bisschen auseinandernehmen. Wir wollen uns auch Gäste einladen. Wie schaust du gerade so auf die Lage generell und was interessiert dich da besonders? Naja, es ist für jemanden, der Politikberichterstattung macht, natürlich eine geradezu paradiesische Zeit. Also das sind ja spannende Entwicklungen. Wir haben eine Landtagswahl, die super spektakulär zu Ende gegangen ist. Wir haben jetzt eine Regierungskonstellation, die es so noch nicht gegeben hat, mit einer Partei, die es so noch nicht gegeben hat, die da mitmachen soll. Mit Inhalten, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Und das soll jetzt eine stabile Regierung werden. Für Sachsen sagt unter anderem unser Ministerpräsident Michael Gretschmer immer. Sagen auch die anderen, die wollen alle. Wird zumindest immer kolportiert. Und ob es denn wirklich was wird, das wird man sehen. Und darüber können wir ja auch gleich sprechen. Ja, sprechen wir mal ein bisschen drüber, über diese Brombeere. Super Name, oder? So heißt diese Koalition, da klingt ganz schön, klingt irgendwie lecker. Aber ist sie denn lecker, ist ja tatsächlich die Frage. Sie ist ein bisschen stachlig. So eine Brombeere, die hat ja so, ich weiß gar nicht, sind es Stacheln oder Dornen. Ich weiß gar nicht genau, wie die botanisch korrekte Bezeichnung ist. Auf jeden Fall piekst es ein bisschen. Und das haben sich offensichtlich die Koalitionäre in Spee so ein bisschen zu Herzen genommen. Das Ganze ist ja ziemlich bedächtig, betulich, ja fast schon vorsichtig losgegangen. Man sagt ja immer so, wir machen Igel Sex, ganz vorsichtig, wegen der Stacheln. Und so ähnlich scheint das auch bei der Brombeere zu sein. Geht ja schon gut los in der ersten Folge. Genau, so muss das sein. Also die haben sich vor vier Wochen irgendwie das erste Mal zusammengesetzt und haben das Ding dann Kennenlerngespräche genannt. Normalerweise macht man ja Sondierungsverhandlungen vor Koalitionsverhandlungen. und tritt dann in offizielle Koalitionsverhandlungen ein. Hier in Sachsen hat man also erst mal vor die Sondierung nochmal Kennenlerngespräche vorgeschalten. Schnuppergespräche also. Sich beschnuppert, genau. Das Ganze hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass die sich zum Teil ja wirklich nicht kannten. Und ich habe auch mit dem einen oder anderen der Protagonisten gesprochen, telefoniert und auch mal geredet. Und was wirklich eine lustige Anekdote ist, die haben sich zum Teil tatsächlich erst mal gegenseitig gegoogelt. Also die saßen einer Staatskanzlei gegenüber und dann war da, was weiß ich, Herr Machil zum Beispiel, das ist ein Journalistikprofessor aus Leipzig, der saß für das BSW als einer der Verhandlungsführer mit da. Und da musste der ein oder andere von der SPD zum Beispiel erst mal googeln, wer ist das überhaupt? Oder dann gibt es also auch inhaltlich ein paar Fragen, wo man sich eigentlich sagt, das funktioniert eigentlich nicht. Also wenn das BSW dann fordert, Friedensverhandlungen zur Ukraine irgendwie aus Sachsen heraus zu initiieren oder eine Bundesratsinitiative oder ähnliche Dinge oder gegen Mittelstreckenraketen in Deutschland aus Sachsen heraus sozusagen zu opponieren, das ist eine schwierige Geschichte. Aber irgendwie scheinen sie zusammengekommen zu sein, denn es gibt ja jetzt ein Ergebnis. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das für eine Truppe, die da so am Tisch sitzt gerade? Also was sind das für Leute? Also klar von den drei Parteien, von BSW, SPD und CDU, aber was sind das für Leute und wie viele sind das eigentlich? Na am Anfang haben erst mal fünf Leute von jeder Partei beisammengesessen. Also für die CDU, ich gucke mal, ob ich das zusammenkriege, waren es auf jeden Fall Ministerpräsident Michael Kretschmer, der amtierende Ministerpräsident, dann Frau Gockel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, das ist eine Bildungspolitikerin von der CDU, Herr von Breitenbuch, das ist einer aus dem Leipziger Land, gilt als ein sehr konservativer, auch ein stellvertretender Fraktionschef. Dann natürlich der Fraktionsvorsitzende Christian Hartmann, den kennt man glaube ich einigermaßen, wenn man sich ein bisschen für Politik interessiert. Und wer war noch dabei, ich hoffe, wen habe ich vergessen, fällt mir garantiert noch ein. Für das BSW war Frau Zimmermann dabei, Herr Machil, dieser bewusste Professor, Herr Richter und die anderen, der Landesvize, Jörg Scheibe und die anderen kriege ich tatsächlich auch noch nicht so richtig zusammen, weil, müsste ich jetzt auch erst googeln wahrscheinlich. Und für die SPD waren dann Petra Köpping, die Spitzenkandidatin der SPD natürlich, der Landeschef Henning Hohermann, Dirk Panter, der Fraktionschef und Marty Dulig, der amtierende Wirtschaftsminister, hat auch mit am Tisch gesetzt. Da haben die sich erstmal so getroffen in der Staatskanzlei, in dem grünen Salon, da beim Ministerpräsident Michael Kretschmer auf der Etage und dann wurde erstmal so ein bisschen beschnuppert und das Ganze ging dann irgendwie zweimal bis vor 14 Tagen vor den Herbstferien und da wurde es dann irgendwie schwierig mit den Gesprächen. Auch unter anderem deshalb wohl, weil immer wieder die Parteichefin und Namensgeberin des BSW, Sarah Wagenknecht, aus Berlin per Zeitungsinterview so an ihre Ortskräfte Ansagen gemacht hat. So nach dem Motto, also ohne Corona-Untersuchungsausschuss gibt es überhaupt keine Koalition und ohne Friedensinitiative auch nicht und auch ohne das Bekenntnis gegen Mittelstreckenraketen auch nicht. Und das hat die Gespräche, glaube ich, so ein bisschen, das hörte man von dem einen oder anderen, so ein bisschen belastet, das ging dem einen oder anderen vor allem bei der CDU so ein bisschen auf den Keks, aber auch die SPD war ein bisschen angenervt und dann haben die sich die Ferien so Zeit genommen, um mutmaßlich in sich zu gehen. Und dann gab es jetzt am Montag wieder ein Treffen und das gleich drei Tage hintereinander bis einschließlich gestern. Und gestern Abend um gegen 22 Uhr gab es dann weißen Rauch sozusagen aus der Staatskanzlei. Da gab es eine relativ dürre Mitteilung und ich glaube, die hast du da liegen. Die wurde rausgegeben. Die wurde rausgegeben. Das ist ja immer aufgeschrieben. Jeder der drei Partner. Dann fangen wir mal an mit der Sächsischen Union. BSW und SPD haben in den vergangenen drei Tagen intensiv und konstruktiv über wichtige landespolitische Themen beraten. Können Sie gerne weitermachen, Micha? Hierbei sind Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und weiterer Gesprächsbedarf herausgearbeitet worden. Auf dieser inhaltlichen Grundlage werden nun die Gremien der drei Parteien über die Aufnahme von Sondierungen entscheiden. Das Ganze muss man jetzt wahrscheinlich erstmal übersetzen für jemanden, der sich mit Politik nicht ganz so häufig beschäftigt. Also Politik, Deutsch, Deutsch. Also dass die sich getroffen haben und sich über landespolitische Themen ausgetauscht haben, ist jetzt kein Geheimnis. Das ist eine Binse. Der zweite Absatz, da ist es schon interessanter. Hierbei sind Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und weiterer Gesprächsbedarf herausgearbeitet worden. Also man hat übersetzt festgestellt, ja gut, es gibt so das ein oder andere, was unbestritten ist. Was weiß ich, Bildung zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Ja, Migration ist ein wichtiges Thema und Finanzen ist ein wichtiges Thema. So weit, so gut. Aber wie man das umsetzt und wie im Detail und welche Dinge sind die Schwerpunkte, was ist wem wichtig, da gibt es schon noch den ein oder anderen Dissens. Und der dritte Absatz, auf der Grundlage werden die drei Gremien und so weiter und so fort. Das heißt, die gehen jetzt in ihre Landesvorstände, tragen dort vor, was sie besprochen und auch zu Papier gebracht haben übrigens. Und dann entscheiden die, ob es diese vorhin beschriebenen formalen Sondierungen dann geben soll. Und das Papier, was man erarbeitet hat, das ist seit heute im Umlauf. Das ist also ganz frisch, ist auch schon bei uns auf der Seite zu sehen, die Ergebnisse. Und da gibt es quasi sechs große Themenbereiche, die so ein bisschen illustrieren, auf was es denen ankommt. Also es geht um Asyl, Migration, das ist ganz klar. Es geht um Dinge wie Finanzpolitik, das ist logisch, da ist wichtig, Schuldenbremse bleibt, das war der CDU sehr wichtig. Es geht um Bildung, da war kaum Dissens da, also Lehrermangel ist immer ein Thema, da kann niemand dagegen sein, dagegen was zu tun. Und die Ausstattung von Kitas und so ein bisschen strittig ist noch kostenloses Mittagessen in der Schule zum Beispiel, das will das BSW gerne. Da ist niemand wirklich gegen, aber die Finanzierung ist sicherlich da ein Problem, weil das kostet ja auch alles und Geld ist heutzutage knapp. Ja, was haben Sie noch besprochen? Die Gesundheitsversorgung, Riesenthema, Krankenhauslandschaft, die Krankenhäuser sollen erhalten bleiben. Die Landarztquote soll erhöht werden und wo es keine Einigung gab, sind so Dinge wie Landespflegegesetz, Landesgesundheitsamt, das sind so SPD-Vorschläge gewesen. Aber im Großen und Ganzen hat man dort zu Papier gebracht, dass man erstmal weiterreden will und das in Sondierungen überführen kann. Ob das was wird, sagen alle unisono, steht noch nicht fest. Also wir sind da mal alle ganz vorsichtig. Also man ist ganz vorsichtig und jetzt gab es ja auch schon so erste Stimmen, die gesagt haben, naja, wir sitzen eigentlich aus mit einer Minderheitsregierung. Das fordert ja auch die CDU, also die sehr konservative CDU. Schlägt da eher sowas vor, eben weil die Skepsis da tatsächlich noch zum BSW überwiegt? Also was sind da so die Stimmen, die du so hörst? Ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Also das eine, es gab ja auch diesen Brief von, sagen wir mal, verdienten Alt-CDU-Funktionsträgern, darunter Frank Kupfer, der Vorgänger von Christian Hartmann als Fraktionschef im Landtag, aber auch Manfred Kolbe, ein ehemaliger Minister und Bundestagsabgeordneter und drei Landräte sind dabei. Und die haben ja gefordert, dass man unter anderem auch mit der AfD sprechen solle und haben auch gefordert, im Zweifel auf eine Minderheitsregierung zu gehen. Das sagt auch die sogenannte Heimatunion, das ist so ein konservativer Zusammenschluss innerhalb der CDU, wie einflussreich die ist. Da streiten sich die Gelehrten, einer ihrer Vertreter, Sven Eppinger, sitzt jetzt im Landtag, hat das Direktmandat in Radebeu gewonnen. Aber die Forderungen gibt es und ich sag mal, der eine Aspekt bei der Nummer ist, die CDU zeigt dem BSW vor allem so ein bisschen die Instrumente. So nach dem Motto, wir können auch anders, wir müssen nicht mit euch, wir müssen nicht jeden Blödsinn, den ihr fordert, sozusagen mitmachen. Wenn ihr euch zu bockig stellt, dann machen wir es halt einfach alleine oder mit der SPD, wobei die Frage ist, ob die das dann mitmachen würden. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist wahrscheinlich tatsächlich eine Überzeugung bei dem einen oder anderen in der CDU, der sagt, ich will nicht mit dem BSW. Das ist vor allem an der Basis ein Riesenthema. Also ich habe die Tage mit Michael Schramm, dem CDU-Ortschef von Naunhoff zum Beispiel im Leipziger Land gesprochen. Der sagt, ich kenne keinen an der CDU-Basis, der wirklich mit dem BSW zusammenarbeiten will. Hintergrund ist, das BSW ist für viele in der CDU einfach ein rotes Tuch. Wir wissen, es gibt einen Unvereinbarheitsbeschluss mit den Linken und das BSW ist natürlich vielleicht schon vielleicht der Linkspartei. Und viele sehen darin einfach die Fortsetzung der alten PDS oder so. Da sind ja viele Kader da auch, die auch wieder im Landtag sitzen für das BSW. Und das macht vielen in der CDU, gerade an der Basis. Und die ist in Sachsen schon sehr konservativ, macht große Bauchschmerzen. Und Michael Kretschmer hat sein Schicksal so ein bisschen an diese Regierung gekoppelt. Also er sagt ja, entweder es gibt eine stabile Regierung, stabile Regierung ist eine Koalition, oder es gibt Neuwahlen. Eine Minderheitsregierung will er nicht. Er sagt dann immer, Negativbeispiel wäre die Situation in den letzten fünf Jahren in Thüringen, wo man also eine Minderheitsregierung hatte und wo es drunter und drüber ging nach seiner Darstellung. Das ist so ein bisschen seine Position nachvollziehbar, weil wenn man eine Minderheitsregierung machen würde als CDU, müsste man sich für jedes Projekt eine neue Mehrheit suchen und wäre im Zweifel auch bei bestimmten Punkten auf die Zustimmung der AfD angewiesen. Und was das für ein Echo dann bundesweit erzeugen würde, ich glaube, da haben viele bei der CDU noch große Bedenken und große Angst. Und das würde schwer vermittelbar sein. Wir bleiben da auf jeden Fall mal dran an dieser Bromberg-Koalition. Also logischerweise, das ist ja eh das bestimmte Thema in der Landespolitik. Also gucken wir mal, was das wird. Okay, die wollen sich jetzt am Dienstag treffen zu den Sondierungsverhandlungen. Das ist zumindest durchgesickert. Also wann genau ist noch nicht ganz klar. Die werden es schon wissen, aber verraten es noch nicht. Also Dienstag geht es weiter. Wenn die Gremien heute Abend, also Donnerstagabend und Freitagabend die CDU, ihr Okay geben, dann können die über das Wochenende nochmal in sich gehen und dann am Dienstag wollen sie wieder sitzen. Sag nochmal schnell, bis wann muss so eine Koalition stehen? Also es gibt ja dann einen Zeitpunkt, einen Datum und dann wird es Neuwahlen automatisch geben. Die Verfassung schreibt vor, dass, also ich glaube, vier Monate nach Zusammentreten des Landtages und das war am 1. Oktober der Fall, da gibt es auch eine Frist, der muss 30 Tage nach der Wahl zusammentreten. Also am 1. Oktober sind sie zusammengetreten und vier Monate danach muss der Ministerpräsident gewählt werden. Passiert das nicht, dann gibt es automatisch Neuwahlen. Dieser Termin wäre demzufolge, streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, 1. oder 3. Februar, aber sagen wir mal, Anfang Februar muss der MP gewählt sein. Und es wird nur ein MP gewählt, wenn ein Koalitionsvertrag besprochen, beschlossen, abgestimmt und von jedem einzelnen Parteitag der drei Parteien sozusagen abgesiegt. Also denen sitzt auch ein bisschen die Zeit im Nacken. Wollen wir vielleicht erstmal was Buntes einschieben, ein bisschen Gossip? Wir können ein bisschen Gossip einschieben, ja. Wir schieben was Buntes ein, wir gehen aus den schweren politischen Themen so ein bisschen ins Leichte. Wir hatten gestern einen hohen Besuch in Dresden, du weißt, wer da war. Ja, die Bundeskanzlerin, die ehemalige Bundeskanzlerin von Deutschland war da, Angela Merkel, CDU-Politikerin und das Ganze war top secret, kann man eigentlich sagen. Also es war ein geheimer Besuch, niemand wusste so richtig Bescheid, außer vermutlich die Staatskanzlei, denn sie war in Begleitung vom Ministerpräsidenten, von Michael Kretschmer und hat sich ein bisschen Kunst angeschaut, kann man so eigentlich sagen. Sie war im Albertinum und hat sich dort die Ausstellung, wo alles begann, von Caspar David Friedrich angeschaut. Also Merkel ist ja anscheinend auch Kunstfan hier in Dresden, war auch schon mal hier, vor einiger Zeit hat er die Vermehr-Ausstellung sich angeschaut. Mit Rütte damals, glaube ich, ich erinnere mich noch. Ja, genau, genau. Damaligen niederländischen Ministerpräsidenten. Genau, also es ist auch gar nicht so lange her, glaube ich. Also sie war auf jeden Fall schon mehrmals auch in Begleitung von Professor Dr. Marian Ackermann, die ja die Generaldirektorin der Stadtlichen Kunstsammlung ist. Und eben auch, noch, genau, geht er bald nach Berlin, aber ja, auch eben von dem Ministerpräsidenten und die haben sich da gemeinsam auch diesmal wieder Kunst angeschaut. Es gibt da ja über 200 Werke aktuell von Caspar David Friedrich zu besichtigen und eben auch 47 Gemälde, die tatsächlich auch aus Dresden kommen. Also das wollte sie sich nicht entgehen lassen und denkt man sich wahrscheinlich, wenn Angela Merkel in Dresden ist, wirft das natürlich die Blicke der Menschen auf sich. Also die Menschen gucken sehr genau, ist das hier die Bundeskanzlerin oder so? Und es gab auch eine Situation, dass jemand aus Brandenburg dann auch da war und gesagt hätte, ja, ihr quasi gedankt hat für ihren Dienst als Bundeskanzlerin. Und das nahm sie dann so, wie man sie händgefießkalt entgegen mit einem Lächeln im Gesicht. Immerhin hat sie gelächelt. Immerhin hat sie gelächelt, genau. Aber das ist der Besuch dieser Woche. Also Promi-Besuch quasi in Dresden top secret. Aber ich glaube, die Bundeskanzlerin ist auch gar nicht mehr mit so einem großen Gefährt unterwegs. Sie wird ihre Limousine haben, ein paar Sicherheitsleute, klar. Sie hat immer noch Sicherheitsleute, genau. Also ich habe dann mal nachgefragt, auch in der Staatskanzlei, zu diesem Thema, warum denn dieser Besuch so geheimnisumwittert war. Das wurde ja erst im Nachhinein bekannt gegeben. Wegen Protesten wahrscheinlich, oder? Man weiß es nicht. Also es war so, dass Merkel selber wohl darauf bestanden hat, dass das so ein bisschen top secret ist und geheim. Sie ist ja hier in Dresden häufiger schon gewesen und dann immer mehr oder weniger freundlich empfangen worden von dem einen oder anderen. Und insofern war sie da mehr oder weniger inkognito. Sie hatten dann irgendwie einen Fotografen von der Staatskanzlei dabei, der die Fotos gemacht hat. Der war auch der einzige Journalist da anscheinend, der die Fotos angefertigt hat. Also nur der Fotograf von der Staatskanzlei. Genau, das war der fabelhafte Pavel Sosnowski, den kennt man. Der ist da viel für die Staatskanzlei unterwegs. Der hatte die Fotos gemacht. Und Michael Gretschmer hat gesagt, es wäre sein Geburtstagsgeschenk für Angies 70. gewesen. Genau, genau. Sie ist ja am 17. Juli 70 geworden und ja, das war das Nachträgliche. Und es war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Abschiedsshow für Frau Ackermann, die ja nach Berlin geht, zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz übrigens. Dann demnächst, glaube ich, im Herbst jetzt, ist sie weg. Dauert auf jeden Fall nicht mehr lange. Also sie hat noch die wiedererlangten Schmuckstücke, die jetzt aus dem grünen Gewölbe, die ja geklaut wurden im November 2019, die jetzt wieder zurückgekommen sind, zumindest ein großer Teil. Da hat sie noch das Ganze wieder eingeweiht, quasi diese Rückkehr der Schätze und jetzt eben nochmal Frau Merkel, die Dresdner Kunst gezeigt und jetzt geht sie bald nach Berlin. Die Schmuckstücke hat sie ihr, glaube ich, nicht gezeigt. Die Schmuckstücke nicht, aber die Kunst. Nur die Kunst. Die Kunst. Für die Schmuckstücke hat sich Frau Merkel anscheinend nicht interessiert. Wunderbar, dann freuen wir uns, dass Frau Merkel in Ruhestand genießt und unbehelligt in Dresden sein kann und haken damit diesen Besuch der Woche ab. Und kommen wieder zu anstrengenderen Themen, nämlich zum Thema Stadtpolitik, wie schon angekündigt. Da ist ja wirklich gerade eine Menge los hier in Dresden. Fangen wir mal hinten an. Wir haben Anfang des Monats ja alle ganz doll gestaunt. Da gab es ja Pressemitteilungen aus Berlin in der Regel. Das ist demnächst eine, ich muss das ablesen, Richard-Wagner-Akademie Kompetenzzentrum für romantische Orchester und Opernpraxis geben soll. Klingt schön. Das klingt erstmal gut, aber die Kommunalpolitik in Dresden ist wegen der Nummer so ziemlich auf der Zinne. Warum, Benno? Weißt du Bescheid? Michael, das ist ein Riesenthema gerade. Darüber wird in ganz Dresden gesprochen. Also zumindest im politischen Dresden auf jeden Fall. Ich glaube, den normalen Menschen interessiert das gar nicht so, weil die große Frage ist, was will man mit einer Richard-Wagner-Akademie in Dresden? Ich habe noch nie davon gehört. Ja, ich meine, es gibt ja auch gute andere Kultursäle. Der Kulturpalast wurde ja erst vor wenigen Jahren saniert. Und jetzt soll eben ein neuer großer Konzertsaal nach Dresden kommen an der Augustusbrücke. Kulturkraftwerk Mitte, auch ein Riesenareal. Gibt es zum Beispiel auch, Festspielhaus Hellerau, nur mal so ein paar Beispiele. Richtig, nicht ausgelastet. Da gibt es genug Kulturstätten in Dresden und jetzt eben an der Augustusbrücke ist noch eine freie Fläche. Da ist eine Wiese, da wird ja auch schon lange überlegt, was man da hinbauen kann. Und jetzt kam eben die Idee auf, aus dem Nichts eigentlich, da diese Richard-Wagner-Akademie zu errichten mit 600 Sitzplätzen, mit Orchester und mit einem Chorprobensaal. Ich las, 60 Millionen Euro teuer? 60 Millionen Euro teuer, genau. Es gibt eine Förderung dafür auch, die wurde beantragt. Und das ist ja wohl der Knackpunkt. Und das ist der interessante Punkt auch. Also 60 Millionen kostet dieses Vorhaben insgesamt und diese Förderung für 15 Millionen Euro kann man vom Bund gefördert bekommen. Von Claudia Roth? Eingereicht, genau. Die Bundeskulturministerin, da muss man das einreichen, muss man so einen Schriebs abgeben, muss sagen, hier, wir wollen gerne Geld haben, wir haben so und so viel Geld schon zur Verfügung, das würde dazukommen und eben gebt uns mal diese Förderung mit dazu. So die Idee, jetzt ist das Ganze ziemlich komisch gewesen, weil die zuständige Dresdner Bürgermeisterin, Anne-Kathrin Klepsch, die Kulturbürgermeisterin in Dresden, hat von dem Projekt schon vor einiger Zeit erfahren und hat dann gesagt, nee, brauchen wir nicht. Also wir haben schon genug Kultureinrichtungen, wir brauchen diese Richard-Wagner-Akademie. Im Zweifel nachvollziehbare Position. Sicher, genau. Und jetzt war es aber so, dass dann trotzdem gesagt wurde, naja, wir reichen trotzdem mal einen Antrag ein. Das hat wohl der Oberbürgermeister selbst gemacht. Ist dieser Antrag denn je irgendwie im Stadtrat oder in irgendeinem anderen Gremium besprochen worden? Gab es doch mal einen Beschluss? Ich meine, das 60 Millionen ist ja eine Menge Holz. Gerade wenn man jetzt bedenkt, wie die Finanzsituation in Dresden ist. Die Kita-Gebühren sollen erhöht werden und die Brücken stürzen zusammen. Na, Dresden hat ja enorme Geldprobleme, kann man eigentlich sagen. Das Portemonnaie, die Stadtkasse ist leer. Wir haben ein Defizit in Dresden von weit über 100 Millionen Euro. Jetzt eben noch diese Fälle mit der Carola-Brücke dazu. Also Geld ist dafür eigentlich nicht da und der Stadtrat hat darüber auch nie gesprochen. Also eigentlich wusste niemand so richtig im Stadtrat Bescheid. Sehr, sehr wenige, ein sehr elitärer Kreis. Wer gehört zu diesem Kreis dazu? Weiß man, wie das zustande gekommen ist? Naja, also du kannst sagen, der elitäre Kreis ist die Stadtverwaltung und vermutlich das Büro des Oberbürgermeisters. Also Stadtverwaltung vermutlich auch nur dieses Büro. Also Dirk Hilbert wusste auf jeden Fall Bescheid. Er hat wohl auch diesen Antrag losgeschickt am Ende. So sieht es zumindest aus. Gemeinsam mit Jan Vogler das Ganze arbeitet. Jan Vogler ist in Dresden auch bekannt als Direktor der Dresdner Musikfestspiele. Das soll ja auch sein Projekt werden quasi das Ganze. Zumindest ist er auch stark dafür. Ja, aber es wusste niemand Bescheid, der eigentlich das Geld geben muss. Also der Oberbürgermeister kann ja nicht einfach so viel Geld, das sind ja weit über 40 Millionen Euro, die da irgendwie von jemandem getragen werden müssten. Also ob das von der Stadt Dresden ist oder vom Land Sachsen, sei mal dahingestellt. Aber der kann ja nicht einfach über solche Summen alleine verfügen. Da muss der Stadtrat erstmal drüber entscheiden. Da wird ja die Sache jetzt erst richtig interessant. Ich meine, wenn der Oberbürgermeister ein Projekt von 60 Millionen beantragt in Berlin oder Fördermittel für ein 60-Millionen-Projekt, er hat glaube ich 15 Millionen zugesagt bekommen, dann muss er ja im Endeffekt ein Versprechen abgeben bei der Beantragung, dass er die Restsumme aufbringen kann, also die restlichen 45 Millionen. Das muss er ja in irgendeiner Form zusichern. So ist das üblicherweise. Also an diesen Antrag, ich hätte ihn ja gerne mal gesehen, habe das Ganze auch angefragt beim Bundeskulturministerium, die sagen, mach mal nicht, Datenschutz. Und auch die Stadt Dresden sagt, naja, sie haben ja schon Fragen beantwortet, Pressefragen schon im Vorfeld. Und haben gesagt, naja, ist jetzt auch mal gut hier. Also so nach dem Motto. Sie wollen das nicht rausrücken, denn sie wären ja dem Informationsrecht für die Presse schon nachgekommen. Und deswegen können sie diesen Antrag nicht zur Verfügung stellen. Also ja, es ist tatsächlich so, theoretisch, denkt man, müsste man ja eigentlich sagen, okay, wenn ich einen Antrag stelle für so eine gewaltige Finanzspritze eben von 15 Millionen Euro, wo sich dann der Haushaltsausschuss des Bundestags erstmal mit beschäftigen muss. Die machen das ja nicht aus Juckz und Dollerei. Das kostet ja auch Kapazitäten, muss man auch sagen. Da sollte das Gesamtvolumen, die Gesamtfinanzierung wenigstens schon mal in Dresden hier besprochen sein, geklärt sein, besprochen sein. Irgendjemand müsste mal Bescheid wissen. Aber war nicht. Nein, wusste keiner von. Das war wirklich gar nicht der Fall. Und das erregt natürlich auch die Gemüter gerade. Und so wie ich das mitbekomme, wollen gerade alle an diesen Antrag rankommen. Aber komischerweise findet ihn niemand oder niemand wird ihn so richtig rausrücken. Also das könnte tatsächlich noch Sprengstoff sein. Was wirft es denn für ein Licht, sagen wir mal, auf das Regierungsgebaren unseres Oberbürgermeisters? Es ist ja in den letzten Wochen und Monaten, ihr habt ja da auch drüber berichtet bei Sachsen Fernsehen, da ist ja einiges zu besprechen gewesen. Ich sage nur U18-Party oder U18, nur wie das Ding hieß da. Nachtschicht 18. Nachtschicht 18 hieß das, genau. Also wenn ich mich recht entsinne, ist das eine Party für alle 18-Jährigen eines Jahrganges. Und dann lädt der Oberbürgermeister ein und gibt da irgendwie 180.000, 200.000 Euro aus für so eine Fete. Und gleichzeitig haben wir eine Haushaltssperre in Dresden, wo also sämtliche Sportvereine und sowas im Moment keine Förderung, keine Gelder kriegen. Das Hygienemuseum, ja zum Beispiel auch eines der bekanntesten Museen in Deutschland, kann man eigentlich sagen. Das Deutsche Hygienemuseum muss vermutlich extrem sparen nächstes Jahr. Es gibt viele Projekte, die auf der Kippe stehen, also auch Kulturprojekte wirklich. Und jetzt eben so ein neues Kulturzentrum zu errichten, allein das ist ja schon mal was, wo man darüber diskutieren kann. Wie sinnhaft das ist. Wie viel Sinn ergibt das? Und das wirft natürlich, wenn du danach fragst, naja, kein richtig gutes Licht auf den Oberbürgermeister. Weil es scheint so ein bisschen, als ob er da einerseits mit zweierlei Maß messen würde auch und so ein bisschen sich verzetteln würde, meiner Ansicht nach. Also er hat so viele Projekte irgendwie, dann gibt es diese Nachtschicht 18, die du gerade angesprochen hast, die ja weit über 100.000 Euro pro Veranstaltung kostet. Dieses Jahr waren es, meine ich, 140.000 Euro, die diese Veranstaltung ein Abend kostet. Das war noch günstig im Vergleich zu anderen, ja. Es gab schon 200.000 Euro Partys. Das war noch ziemlich günstig, ja. Also kann man so sagen, also da feiern Jugendliche tolle Veranstaltungen, keine Frage, hat er auch immer wieder selbst gesagt. Nichts gegen Partys. Aber wir haben früher auch Partys organisiert, die haben keine 200.000 Euro. Ich feiere auch gerne, weißt du so. Aber dafür so viel Geld auszugeben, das ist natürlich komisch. Vor allem in so einer Situation, wo man sagt, okay, Dresden muss extrem sparen. Erstmal eine Party schmeißen und ich habe gefragt, wie sieht es nächstes Jahr aus? Die finanzielle Situation ist ja völlig unklar in Dresden. Ich mache es weiter, sagt der Untertitel. Was, glaube ich, viele stört, ist einfach die Tatsache. Es ist nicht die Summe selbst, ja. Also ich sage mal 140.000 sind bei einem Finanzvolumen von ungefähr 2,4 Milliarden, das Dresden hat. Eigentlich Peanuts, ja. Ja, das ist, für private Haushalte wäre das natürlich eine Menge Holz, aber für einen Haushalt wäre das jetzt. Aber es ist das Signal natürlich, was damit in die Stadtgesellschaft geschickt wird, wenn man gleichzeitig mit dem Rasenmäher über die Ausgabensituation in der Stadt geht, die Kita-Gebühren anheben will, die Stadtreinigung im Zweifel verkaufen will für 38 Millionen und so weiter und so fort, wo sehr viel Unruhe ist, auch bei den Eigenbetrieben der Stadt. Also da ist eine Menge im Schwange. Und jetzt also noch die Richard-Wagner-Akademie für 60 Millionen, was, wenn man sich mit Stadträten unterhält, für kaum jemanden noch in irgendeiner Form nachvollziehbar und darstellbar ist. Genau, so habe ich es auch gehört. Aber es gibt ja noch andere Themen, Micha. Also wenn wir mal auf die Stadtpolitik schauen, da ist ja vor kurzem was passiert, kann man sagen. Lauter Knack in der Stadt. Tatsächlich! Man kann froh sein, wirklich, dass es nicht Schlimmeres passiert ist. Oh ja. Also das, wenn man sich diese Bilder auch schaut, da gibt es ja auch Überwachungsaufnahmen, wie das Ganze passiert ist. Die Carola-Brücke ist zusammengebrochen, mitten in der Nacht. Da müssen wir drüber sprechen. 3 Uhr, 2.59 Uhr ist das passiert, am 11. September dieses Jahr. Und das ist ja alles ziemlich verrückt, kann man so sagen. Also wie das passiert ist und wie das Ganze jetzt auch im Nachhinein aufgearbeitet wird möglicherweise. Es gab ja, also bei anderen solchen Vorfällen gab es persönliche Konsequenzen zum Beispiel. Das ist ja auch ein Thema gewesen. Wie siehst du das? Wie hast du dieses Thema mitbekommen auch in der politischen Aufarbeitung? Ja, also man muss dieses Thema echt, glaube ich, so ein bisschen aufdröseln. Also der erste Punkt ist der Einsturz selbst. Ich glaube, da sind sich alle einig, da hat Dresden unfassbares Glück gehabt, dass das also nachts um 2, um 3 ist das passiert irgendwann. Acht Minuten vorher ist noch eine Bahn drüber gefahren und irgendein Radfahrer und fast zeitgleich fuhr noch so ein weißer Sprinter über die Brücke. Das sieht man auf den Überwachungsaufnahmen und es ist trotzdem niemand zu Schaden gekommen. Das ist schon mal eine Sensation, das ist ein Wunder. Wenn man daran denkt, 14 Tage vorher beim Stadtfest noch, da standen die Leute auf der Brücke, haben bei Purple Disco Machine zugehört. Oder bei den Kaiser Mania Konzerten standen auf dieser, eben auf genau diesem Brückenzug C tausende Leute und haben da was, also man mag sich gar nicht aus, was hätte passieren können. Also das ist das eine. Glück gehabt. So, dann jetzt, warum bricht diese Brücke ein? Das fragen sich oder haben sich natürlich dann alle gefragt. Das ist die große Frage, ja. Mittlerweile weiß man also, es war dieses, jeder ist mittlerweile ein Spannbeton-Experte mit Spannstäben und so weiter, man hat sich damit befasst. Zur Fußballzeit, zur WM sind alle Fußball-Experten, jetzt sind alle Brücken-Experten. Jetzt sind alle Spannbeton-Experten. Oder gleich so, ja. Genau, also das Spannbeton-Verfahren aus den 60er Jahren in Frankreich entwickelt, wie ich es mir angelesen habe inzwischen in der Zeit. Die Brücke selbst ist ja zwischen 1969 und 1971 gebaut worden, glaube ich, war 1971 fertig, dann irgendwie zum achten Parteitag der SED oder so. Deswegen wurde da auch ein bisschen Eile an den Tag gelegt und man behauptet, ja, der Beton ist natürlich ausgehärtet, keine Ahnung, der Stahl, der ist aus Hennigsdorf und der ist beschaffen, der ist zu viel von dem und zu viel Sauerstoff und keine Ahnung. Also das ist offensichtlich, gibt es ein Materialproblem, auch mit dem Beton und auch mit dem Stahl, da hat was gerostet, da ist was reingesickert und so weiter. Gut, das wusste man auch vorher, der linken Stadtrat Schollbach hat ja über Jahre den Zustand der Karola-Brücke abgefragt und schon 2013 waren ja in den Antworten der Stadtverwaltung dann Angaben darüber, was dort alles im Argen liegt. Also der Stahl war korrodiert, die Betonteile sind zum Teil runtergefallen und so weiter. Note 3, glaube ich, Zustandsnote 3 war es dann. Note 3, man muss sagen, die Noten laufen von 1 bis 4 und 3 ist so nach dem Motto, man müsste mal irgendwie dringend was machen. So, zuletzt war es dann Note 3,6, glaube ich, oder 3,8 sogar, ganz genau, aufs Zehntel. Ja, und jedenfalls hat man dann über die Jahre immer mal geguckt, wie die Brücke so im Zustand ist. Und man kann so sagen, ist die Experten, unter anderem der bekannte Professor von der TU Dresden, Steffen Marx, der ja so ein Brückenbauprofessor ist, der sagt, man kann in diese Brücke nicht wirklich reingucken, weil dieser Spannstahl ja einbetoniert ist. Und dafür gibt es, habe ich mir jetzt angelesen, so eine Art Magnetresonanzverfahren. Man fährt dann mit so einem Fahrzeug darüber, schickt Magnetstrahlen oder Magnetwellen durch die Brücke durch und kann an den reflektierten Wellen dann gucken. An Autobahnenbrücken wird sowas ja auch gemacht. Genau, und das hat man wohl so in Dresden nicht gemacht. Zumindest geht das aus den Antworten hervor, die einige Stadträte an die Stadtverwaltung in dem Zusammenhang gestellt haben. Also, ob da jetzt einer ein Versäumnis, ob jemand ein Versäumnis vorzuwerfen ist bei der Überwachung der Brücken oder nicht, das sei mal dahingestellt. Fakt ist, in solchen Situationen, man stellt sich vor, eine Brücke bricht zusammen. Nur durch großes, großes Glück kommt niemand zu Schaden. Und es gibt niemanden, der zumindest die politische Verantwortung dafür übernimmt. Das ist nach meinem Dafürhalten eine Situation, die so nicht akzeptabel ist. Also, das geht nicht. Man muss, da muss jemand die politische Verantwortung übernehmen. Das ist eine Kultur der Verantwortungslosigkeit, die sich auch in dieser Stadt breitgemacht hat. Die kann man nur kritisieren. Es wird die Brücke dadurch nicht wieder ganz, aber es ist ein wichtiges Signal und Menschen, die an wichtiger Stelle sind. Ich sage mal, wenn jemand im politischen Raum einen Fehler macht, dann macht er den in der Regel nicht selber. Aber er hat die politische Verantwortung dafür. Und das ist in dem Falle hier in Dresden Stefan Kühn, der Baubürgermeister. Und dem viele jetzt auch im Stadtrat vorwerfen, dass er eben auch seine Prioritäten falsch gesetzt hätte. Denn wir stellen rein praktisch jetzt, fünf Wochen nach dem Brückeneinsturz, fest, dass zum Beispiel die Verkehrsführung durch die Stadt immer noch völlig unberührt ist, als würde die Carola-Brücke noch stehen. Die Ampeln? Die Ampeln blinken fröhlich vor sich hin, völlig sinnlos. Ich bin auch rübergelaufen. Ich bin als Fußgänger letztens rübergelaufen und dachte, naja, warum sind die? Bei Rot stehen geblieben, ganz klassisch. Und dachte, naja, gut, die Carola-Brücke steht nicht mehr. Ist irgendwie klatsch, hier stehen zu bleiben. Wenn man unten am Käthe-Käubitz-Ufer langfährt und dann Terrassen-Ufer und dann nach links in diese Steinstraße rein will, da ist eine Ampel. Da steht man auch. Da steht man völlig sinnlos rum. Das macht natürlich viele wahnsinnig. Und dann kriegt man zur Antwort, wenn man nachfragt in der Stadt, ja, die Kapazitäten in der Verkehrsverwaltung sind eben nicht da. Wir schaffen das nicht und so. Und gleichzeitig zieht Stefan Kühn seine umstrittenen Verkehrsversuche, wir erinnern uns ans blaue Wunder, zieht da weiter durch und pinselt zum Beispiel Radwege auf die Bautzener Landstraße. Die kosten auch mehrere hunderttausend Euro, diese Verkehrsversuche. Und dafür braucht es ja auch Planungsleistung, Planungsvorlauf, Kapazitäten. Dafür ist es da. Und das verstehen viele nicht in der Stadt und auch viele in der Stadtpolitik nicht. Ich verstehe es auch nicht so richtig, aber es passiert trotzdem nicht. Es geht einfach so weiter. Und das hat, glaube ich, auch was mit Führung zu tun. Und da sind wir wieder beim Oberbürgermeister. Also du sagst, der Oberbürgermeister müsste da härter durchgreifen? Naja, er müsste führen, glaube ich. Also er muss in der Stadt Führung übernehmen. Also es kann nicht, man hat den Eindruck, ja, da lässt das so ein bisschen laufen. Hauptsache, er war jetzt in Rom beim Papst, hat eine Audienz gemacht. Er hat sogar einen Stein-Carola-Brücke mitgebracht. Tatsächlich, ja. Ja, da kann man sich auch drüber unterhalten, wie sinnig das ist, einen Stein, einen Betonstein zum Papst mitzuschleppen für eine Brücke, die eingestürzt ist und wo nur durch Glück niemand zu Schaden gekommen ist. Er wollte sich den Segen abholen, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Für die neue Brücke? Für eine neue Brücke, glaube ich auch, genau. Das war, glaube ich, der tiefere Sinn. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, hier fehlt tatsächlich Führung in der Stadt. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen enttäuschend, weil Dirk Hübert ist ja mit einer relativ komfortablen Mehrheit der Dresdner Bürger gewählt worden. Er ist von, sagen wir mal, der Stadtgesellschaft, die hat ihm das Vertrauen entgegengebracht, zu großen Teilen. Er hat gegen damals Eva Jenigen relativ deutlich gewonnen. Er hat auch André Scholbach deutlich aus dem Feld geschlagen. Er hat auch den AfD-Kandidaten deutlich geschlagen. Und das ist natürlich auch eine Verpflichtung, dann zu führen und die Stadt in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und das tut er nach meiner Einschätzung im Moment eher weniger, sondern er sorgt mit relativ vielen Kapriolen und eigenartigen Entscheidungen oder Entscheidungen, die er einfach nicht trifft, dafür, dass in dieser Stadt Unruhe entsteht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden das Ganze weiter beobachten, politisch. Also ich bin gespannt, ob die Brombeere schmeckt, ob das dann tatsächlich was wird mit der Brombeer-Koalition, um nochmal ganz zurück zum Anfang zu kommen. Ja. Wir gucken mal. Wir werden uns das hier weiter anschauen im Podcast. Auf jeden Fall. Also wir werden sehen. Ich denke, in 14 Tagen treffen wir uns möglicherweise wieder. Und dann können wir schon vielleicht was zu den Sondierungen sagen, wie die ersten Sondierungen gelaufen sind. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Genau. Wir schauen uns das Ganze an. Ansonsten folgt uns gerne auf unseren Kanälen, um diesen Podcast zu hören und natürlich auch zu sehen. Ja. Und wir sind dann beim nächsten Mal wieder da. Das war unsere erste Folge, bald auch mit Gästen. Wir wollen uns auch den einen oder anderen Politiker, die einen oder anderen Politikerin ja auch einladen und wollen da über die verschiedensten Themen sprechen. Ihr könnt uns gerne, die ihr uns hört, auch den einen oder anderen Vorschlag oder Wunsch machen, was Themenvorschläge oder Gäste betrifft, wenn es um Politik geht, um Politik zu erklären, um so ein bisschen zu erläutern, was eigentlich so dahinter steht und diese Übersetzung der ganzen Dinge zu machen. Dann sind wir da gerne offen und bereit. So, und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Real Talk, der Podcast mit Michael Deutschmann von BILD und Benedikt Bartsch von Sachsen Fernsehen. Bis zum nächsten Mal.